Wir bieten einen sehr schönen Arbeitsplatz, also ästhetisch einfach schön. Wir haben ein sehr angenehmes Publikum. Aber Bali ist Entspannung und wir sind der Wohlfühlort um die Ecke. Das heißt, man muss nicht in den Flieger steigen, um nach Bali zu fliegen, sondern man kann ins Auto steigen und zu uns kommen und hat einen Tag Urlaub, einen Tag Bali. Besonders, was ich das gefällt, hier arbeiten, weil die haben eine gute Lage, besonders, wir haben dahinter eine See und ein Panorama sehr balinese Stimmung. Für mich ist das auch wie meine Heimat. Das Ambiente und die Räumlichkeiten sprechen allein schon für sich. Hinzu kommt, was die Bilder halt nicht verraten, ist, dass das Team super klasse ist, wir alle gut drauf sind und man hat halt in dem Bereich mit gepflegten, wohlriechenden Menschen zu tun. Weil ich finde die Arbeitsatmosphäre sehr schön. Das ist eine sehr schöne Wellness und das macht Spaß, um in einem schönen Arbeitsplatz zu arbeiten. Die Mitarbeiter finde ich sehr schön, auch die Managers und so, weil das ist wirklich wie eine Familie. Ja, kann ich so sagen. Also man sollte auf jeden Fall Ruhe ausstrahlen, gepflegt sein natürlich. Was man von den anderen verlangt, das sollte man natürlich auch selbst mitbringen. Lustig sein sollte man auf jeden Fall auch, weil das Team halt auch sehr lustig ist. Wir verstehen uns alle sehr gut hier. Also wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewerbung und wir machen gerne einen unverbindlichen Probearbeitstermin aus, so dass du bei uns reinschnuppern kannst und wir dich auch kennenlernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.